Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du dein Facebook-Account löschen kannst bzw. wie du dein Konto löschen kannst. Und zwar gehen wir erstmal in Facebook rein, drücken dann hier unten rechts auf die drei Striche bzw. bei Android sollte das hier oben rechts sein. Danach klicken wir auf Mehr dazu in der Kontenübersicht und dann drücken wir hier unten auf Personenbezogene Angaben. Dann ganz unten sehen wir die Kontoinhaberschaft und Einstellungen, da klicken wir drauf und dann hier auf Deaktivieren oder Löschen. Du wählst dein Profil aus und dann haben wir zwei Optionen, entweder das Konto deaktivieren oder Löschen. Wir wollen es löschen, also klicken wir hier drauf und bedenke, dass dann dein Konto dauerhaft gelöscht wird. Danach auf Weiter, dann nochmal auf Weiter, ganz runter scrollen und nochmal auf Weiter. Dann gibst du dein Passwort ein und dann wird es durchgezogen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und tschüss.